Liebe Kunstinteressierte, herzlich willkommen bei mir im Atelier in der Schweiz. Ich wohne in der Schweiz, im Osten der Schweiz, am schönen Wallensee. Meine Kunst ist vielseitig. Ich bevorzuge Aquarells, mache aber auch Acrylbilder. Dies vor allem auf Bestellung und im Grossformat. Meine Kunst soll Freude vermitteln, Freude mit Farben. Heute habe ich eine schöne Gegend in der Schweiz ausgesucht und versuche nun, diese Gegend in ein modernes Aquarellum zu setzen. Ich beginne locker mit einer Skizze, dann soll die Fantasie das Zept rübernehmen. Also geht's richtig los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Bei diesem Mahlprozess musste ich mehrmals eine Trocknungsphase einlegen. Ich habe dazu auch einen Föhn benutzt. Nun komme ich langsam zum Schluss. Es ist nicht alles super perfekt, übrigens kein Künstler ist super perfekt, aber ich hatte einen riesen Spass in dieser Gegend und ich begrüße euch ein anderes Mal wieder auf diesem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Musik